...land, weit weg von allen Imbissbuden, wächst ein kleiner türkischer Junge auf. Tarkan, Herr des Zünders. Der kleine Tarkan wird von einer Affenmutter entdeckt. Als Tarkan enter wird, zweifelt er an seiner Identität. Tarkan, was machst du da? Warum bin ich anders als die andere Alten? Weil du nicht von mir bist. Warum? Nein, in mir schlackst du die zweiten Breit. In mir schlackst du die zweiten Breit. Kein Döner. Ja, aber Güros und Melonen. Güros? Halt still. Ich hasse Güros. Das weiß ich doch. Aber weißt du, was wir machen? Wir machen dir einen riesigen Döner mit rotem und weißem Kraut, Tomaten, Zwiebeln, viel Hammelfleisch und alles in einem großen Fladenbrot. Mit alles. Komplett. Na, Tarkan, was würdest du dazu sagen? 6,50. Der kleine Tarkan wird kratzen, aber er macht weiterhin nur eins im Sinn. Döner. Doch die gibt's im Urwald nicht. Ah, ah, Tarkan, es gibt keinen Döner. Oh, lecker Döner. Das ist kein Döner, das ist eine Honigmelone. Haha, sieht aber aus wie Döner. Hallo, Tantchen. Hast du was dagegen, wenn ich Tarkans Döner nehme? Melone. Hast du Probleme? Gib Melone, Döner. Ihr werdet, oder? Ich werde ein Topstar in Deutschland. Dann lernt Tarkan Jane kennen. Oh, schickere Döner, schickere Döner. Oh, schickere Döner, schickere Döner. Er schließt sich, sie zu retten. Aber dafür muss sie seine Frau werden. Ich höre mich entschlossen, dich zu retten. Aber dafür musst du meine Frau werden. Kannst du Döner machen? Schon nach kurzer Zeit sind die beiden unzertrennlich. Gehen, komm rüber, mach Döner. Was heißt, kann ich nicht? Hast du gesagt, du kannst? Die Schule hat zur Rübe, komm, ich hab Hunger. Und hör endlich auf zu schreien. Los, gib sein Dönerwetter. Siehst du, Dönerwetter. Wird Tarkan seinen Döner bekommen? Erleben Sie einen wunderbaren Film für die ganze Familie. Tarkan, ab Dönerstag im Kino. Wird Tarkan, ab Dönerstag im Kino.